hi leute jetzt mal wieder neues video von jub tv genau wir sind im wald heute ist mal wieder ella dabei und die hatte eine sehr gute idee und zwar eine brücke weil ich zeige euch gleich noch mal genau also wir zeigen euch gleich noch mal genau wo die hin soll weil wir sind ja zwei bäsche herum und wir müssen ja manchmal auch einfach mal nach da drüben und was bietet sich da besser an als eine brücke eine brücke aber die ist gerade darauf gekommen ich hätte jetzt gesagt wir müssen die bäume da umlegen aber lohnt aber die kann auf die brücke und ja würde ich sagen mach was bis gleich es ist halt eine brücke so leute so leute hier soll die brücke also hin also von hier bis ab da drüben ja ich würde sagen wir fangen gleich direkt mal an und dann müssen wir jetzt mal holz suchen weil das brauchen wir also bis gleich so leute ihr seht jetzt gerade wie die schön fleißig am rinde abmachen ist am entrinden ich weiß ich kann mit einem zieheisen nicht umgehen und das weiß ich selber das sieht doch ganz gut aus schreibt sie in die kommentare jetzt gut aussieht ich finde sie gut aus ja wir haben jetzt schon mal ein stamm gefunden das problem ist bloß der reicht nicht also so leute jetzt musik an und wir schmeißen den baum um so Musik 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 So Leute, ich bin richtig und ich bin ganz gespannt Und so spannend heißt das, oder? Okay, fein Musik 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 Hi Leute, jetzt mal wieder ein neues Video von Was laber ich? Leute, Jonas hat sich... Das war's mit dem Video, bis zum nächsten Video, tschau! So Leute, das war's jetzt mit dem Video, okay, also wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auch gerne ein Like da lassen und Jonas ist noch mal ein paar mal durchs Wasser gejumpt. Okay, so Leute, also, also, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da und vielleicht dann noch ein Abo und natürlich auch noch die Glocke abgeben. Wie immer, und das Abo kostet nichts! Ja, und das Abo kostet nichts. Und, ähm, ja, Jonas ist noch mal ein paar mal durchs Wasser gejumpt. Der ist jetzt ziemlich nass und... Du bist doch durchs Wasser gelaufen, okay, auf jeden Fall. Du bist... ja, du bist... du warst im Wasser. Ich kann euch mal ganz kurz zeigen, wie Jonas aussieht. Hey Jonas, zeig dich noch mal ganz kurz. Jetzt sieht man nichts, warte. Ja, der ist patschen nass, würde ich mal sagen. Und jetzt, das war's, äh, das war's mit dem Video. Tschüssi! Tschüssi!